Du bist ein... immer noch ein Operator. Du bist ein Medizin-Operator? Ach ja, wir brauchen aber keine Medizin, wir bräuchten eher was anderes. Curry Richard mit Schrot. Sehr gut. Und eine Pistole. Die müsste ich doch jetzt eigentlich im Inventar zerlegen können, ne? Zerlegen. Oh, ist das gut. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht versehentlich meine Sachen zerlege. Das haben wir gelesen. Noch mehr 9 mm. Das ist aber ein komisches... Ach, das ist eine Videoaufnahme. Ich wollte gerade sagen, da hängt sich denn so ein Bild dahin. Aber das ist wahrscheinlich irgendwo eine Aufnahme gestoppt oder so. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das Geschütz könnten wir jetzt reparieren. Das sind aber nicht... Apropos Geschütz... Das ist defekt. Das ist defekt. Wo ist es denn? Wo ist das Phantom jetzt hin? Es ist ein schlaues Phantom. Es sind die Treppe. Wenn es schlau wäre, würde es einen Fahrstuhl nehmen. Sagen wir es mal so. Aber das sind nicht die von da unten. Aber unsere Geschütze sind kaputt. Da ist noch ein Geschütz. Das benutzen wir auch gleich. Das ist der Wissenschaftsoperator. Da sind die Labs. Und hier ist nur eine Mimimi drin. Und das war... Was ist sie? Eine Tasse? Nekropsie wäre das auch was. Das würde uns, glaube ich, immer nur noch ein Taiphan-Organ mehr geben. Ich weiß nicht, ob das... Auf Dauer wäre die Ausbeute natürlich größer. Aber ob das dann so viel bringt, keine Ahnung. Das können wir gar nicht einsehen. Mitsuko Tokaji. Haben wir da eine Mimik drin? Da ist ein Transcribe auf jeden Fall. Da wir nun wissen, wozu die Taiphan fähig sind und wozu nicht, sollten wir das Material für Projekt Kobalt noch einmal prüfen. Igwe? Neuromods können Taiphan-Material ans menschliche Gehirn anpassen. Prinzipiell sollte es auch umgekehrt funktionieren. Setzen wir also einem Taiphan menschliche Neuronen ein. Wie erkennen wir, dass wir Erfolg hatten? Die neue Neuralstruktur müsste in einer Reihe von tatsächlichen Erfahrungen reifen. Oder simulierten. Was? Die Erfahrungen simulieren. Calvino, er hat... Tja, höchst faszinierend, aber... Konzentrieren wir uns lieber auf das, was funktioniert. Ich will keine Ressourcen verschwenden. Ich dachte, was ist hinter mir los, während ich mir das Dings anhörte? Das war gerade interessant, weil wir alle über was Wichtiges gesprochen haben. Unter anderem auch Alex und ich. Und er kommt... Ich habe gerade überlegt, wie ich da reinkomme und habe da zugehört. Das kann sein, dass wir das vielleicht nur mit einer Fähigkeit, die wir nicht bekommen können, oder? Weil ich sehe jetzt hier gerade keine andere Möglichkeit, aber das heißt vielleicht auch, dass ich nicht... Haben wir hier vielleicht einen Außenzugang oder sowas? Warte mal, wenn ich jetzt hier auf die Karte gucke und direkt davor stehe vor dem... So, die Map sagt... Ne, die Map sagt, es gibt nicht unbedingt noch einen anderen Zugang. Ah, aber hier, die Mimik ist auf der Karte verzeichnet. Schön. Ich will da rein. Ich will das lesen und ich will die Sachen haben. Und ich will das lesen. Aber das ist... Hier ist nichts... Das ist... Ich weiß nicht, wie das... Da ist nichts generell verriegelt oder fehlt da Strom drauf? Also fehlt da irgendwie, das ist, das ist verriegelt, aber wie kriegt man das? Kann man es kaputt machen oder sowas? Ähm, ich glaube, eine Verstärkung hier zu haben, wäre gar nicht so schlecht, ne? So, ich stelle dich mal hier hin. Ja, das wäre dann einfach nur mit Nekropsie, würden wir ein zusätzliches Teil von Organen rauskriegen. Brauchen wir aber nicht wirklich, sage ich jetzt einfach mal so. Kann auch sein, dass ich mich irre. Lass mal gucken. Sieht sauber aus. E-Mails, Statusbericht 37 von Mitsuko Tokaji an Helen Barker-Comps. Helen, V01065537 hatten in den letzten 24 Stunden weitere Symptome von Instabilität gezeigt. Proband drückte morbide Neugier gegenüber kleinen Objekten nutritiver und nicht nutritiver Natur, in seiner Umgebung aus und versuchte, sie in den Mund zu nehmen und zu verzehren. Erste Diagnosen deuten auf Rem-Pikazismus hin. Hierzu gab es jedoch vor dem Experiment mit dem Telepaten keinerlei Anzeichen. Wir schließen mögliche Suizidversuche nicht aus, obgleich das Testsubjekt sich nicht bemüht, sein Verhalten zu verheimlichen. Ich werde als nächstes eine endoskopische Untersuchung vornehmen, um sicherzugehen, dass nichts in der Speiseröhre oder in den Eingeweiden feststeckt. Mitsuko, Re-Neues zur Beobachtung von Christopher Smith an Helen Barker-Comps in Kopie Mitsuko Tokaji. Ich hoffe, ich habe mir kurz rausgegangen und schon ein Mimi verpasst. Mehrere Mimis. Ja, nein, aber nicht, weil ich gemeckert habe. Neues zur Beobachtung von 37 wegen Selbstmordgefährdung von Dr. Helen Barker-Comps. 37 ist weiterhin wegen Selbstmordgefährdung unter Beobachtung. Wie angeordnet wurden dem Gefangenen keine Berührungsmittel verabreicht, um sein System für den anstehenden OP nicht zu belasten. Ebenso keine Nahrung, ausschließlich Wasser. Er ist passiv und schwankt lediglich vor und zurück, starrt auf einen leeren Punkt an der Wand und mummelt leise auf Russisch. Ich verstehe nicht, was er sagt. Soweit wir beobachten konnten, hat er bislang keine Versuche unternommen, sich etwas anzutun. Dieser Volontär scheint nicht suizidgefährdet zu sein, vielmehr desorientiert in einer Art von Schlaftrunkenheit. Sicherheitsoffizier Smith. Die haben mit richtigen Gefangenenexperimente gemacht. Ja, gut. Also wie eben schon gesagt wurde, hier haben keine Gesetze Gültigkeit. Das Gehirn oder was? Ach du Schamme, ey. Ach du Schande. Will man an sowas teilhaben? Oh, Position. Teil von Mimese, Teil 3, haben wir da schon. Auszug aus Labornotizen von Rory Mannion und Christine Lloyd. Könnte eine Erklärung bieten, wie Mimics hierher gekommen sind und wie zumindest... Hallo. Sprachzentrum herunterfahren und neu starten, bitte. Könnte eine Erklärung bieten, wie Mimics hierher gekommen sind und wie mindestens einer davon in Kletka so lange im Vakuum überleben konnte. Das ist die Station, die... beziehungsweise die... also um die Talos herumgebaut wurde, glaube ich, ne? Kletka. Sie können sich in eine angrenzende Dimensionsblase bewegen, wo die Zeit wesentlich langsamer vergeht und kommen dann bei einem entsprechenden Stimulus, etwa Beute, wieder zurück. Aus der Sicht der Mimics ist eine 6 Millionen Jahre dauernde Reise in unser Sonnensystem auf einem Eismeteor vielleicht schon nach wenigen Sekunden abgeschlossen. Diese Dinger sind die perfekten Falltürspinnen. Okay, das erklärt natürlich auch, warum sie dann kurz flackern, verschwinden und dann bei uns auftauchen, ne? Falltürspinnen, ne? Schöner Vergleich, danke. Hast du hier ein Fragment? Gut, geschütze es noch ruhig. Die Tür lassen wir nochmal eben in Ruhe. Da haben wir noch ein Transcribe von Rory Manion. Was ist Rory Manion? Ja. Ist besser so. Es muss bei deiner nächsten Dienstrotation passieren. Ich packe alles in ein Paket mit der Aufschrift Mementos. Ich lasse es in meiner Kabine. Es muss an alle Medien weltweit gehen. Alles klar. Und, Quinten, sei vorsichtig. Die Sicherheit prüft mich eh schon genauer als sonst. Okay. Okay. War Rory denn einer von der Sicherheit? Weil er hatte ja jetzt von der Galagos oder von dem Quinten das Transcribe in der Tasche. Das heißt, die sind mit denen auf der Schliche gekommen. Ähm. Wow. Toll. Danke, Spiel. Ich muss doch von der anderen Seite da ran. Ihr leuchtet aber verdammt vier. Es bleibt dabei nur eine Mimik. Verhaltensbiometrie. Ich seh dich wohl, du glänzt, Mistvieh. Okay. Die Mimik ist hinüber an. Da müsste man noch sein. Also es sind doch mehrere hier drin. Das ist nicht immer alles so zuverlässig mit dem Ding. So, das war's. Hier sind ja... Was? Not a Mimik. 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 Ähm. Okay. Ähm. Wer hat sich denn hier die ganzen Notizzettel gemacht? Notiz. Notiz. Notiz, Notiz, Notiz. Not a Mimik. Also überall steht drauf. Keine Mimik. Keine Mimik. Keine Mimik. Selbst auf dem Typhonorgan. Okay. What? Da ist ein Petrischein. Das ist, ähm... Ja, okay. Bedenklich. Hä? Hä? Ah! Ah! Geschützt, reitere dich! Shit! Warum schießt das Geschütz nicht da durch? Was ist mit dir? Jetzt bin ich da reingelaufen. Eigentlich wollte ich das Vieh da rein... Oh, jetzt habe ich den Generator noch kaputt geschossen. Oh, ich kriege eine Vollkrise. Danke für nichts, Geschütz. Ja, Neustart. Aber jetzt sind die Kisten weg. Hey, ich muss ja irgendwas Gutes haben. Toll, danke. Okay, also... Die Nähe reicht aus. Die Nähe reicht schon aus. Ist gut. Ja, ich habe es verstanden. Ich bin gestorben. Oh Gott, letzter Spielstand. Jetzt bin ich mal gespannt. Guten Tag. Guten Tag, Servus und Hallo. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Ja, mal drückerchen zurück. Ähm, ja. Da wir nun wissen, wozu die Typhon fähig sind und wozu nicht, sollten wir das Material für Projekt Kobalt noch einmal prüfen. Igwe? Neuromods können Typhon-Material ans menschliche Gehirn anpassen. Prinzipiell sollte es auch umgekehrt funktionieren. Setzen wir also einem Typhon menschliche Neuronen ein. Wie erkennen wir, dass wir Erfolg hatten? Die neue Neuralstruktur müsste in einer Reihe von tatsächlichen Erfahrungen reifen. Oder simulierten. Was? Die Erfahrungen simulieren. Calvino, er hat... Tja, höchst faszinierend, aber... Konzentrieren wir uns lieber auf das, was funktioniert. Ich will keine Ressourcen verschwenden. Diesmal ist nichts passiert. Und ich glaube, ich weiß, wo das rausgekommen ist. Das Phantom da, aus dem Raum. Und deswegen male ich mir Glüh voll. Und warum sind die Dinger da eben gerade kaputt gegangen? Ich muss das Geschütz anders aufstellen, ne? Wenn ich das leise mache, müsste das funktionieren. Gut, aber... Ich muss die Finger vom Verteilerkasten lassen. Ich darf den nicht kaputt schießen, wenn ich da gleich wieder reingehe. Ach man, das ist aber auch fies. Okay, ich nehme nochmal das mit. Kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Schleichen. Schleichen wäre schon mal eine gute Idee. Oder sind die jetzt doch alle tot? Weil jetzt ist da die Mimic gar nicht mehr drin oder die wird nicht angezeigt. Das ist die Frage. Jo. Es sind jetzt zwei Mimics. Und ein Phantom drin! Ah, nicht aufsetzen! Aufstehen! Ja, lauf da ruhig rein ins Feuer. Gute Idee. Oh, hat der sich... Ich glaube, das Phantom hat sich gerade selbst zerlegt. Ja! Hat es! Es weichert sich da drin. Wie ich mir gedacht habe. Was kann ich da so... Der kann ich gar nicht durch. Mist, 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 Mist. Kann ich da durch... ...krautschen? Das entzündet immer wieder neu, ne? Das ist ja richtig doof. Aua! So, jetzt. Okay. Ja, das Phantom war da drin. Alles klar. Du bist mir so ein Heldengeschütz, so. Da ist auch noch irgendwas drin, denke ich mir mal. Ich platziere ihn jetzt mal hier. Ja. So, dann sammeln wir hier nochmal alles ein. Hören das Transcribe nochmal eben an, damit das Spiel das spannend hat. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Ich versuche nicht darüber nachzudenken. Tut mir leid. Hast du vor, Kim? Ah, Mist, ich drücke immer auf die falschen Sachen. Hungen getroffen? Mitchell ist an Bord. Er bringt mir was zu essen. Er spar mir die Details. Ist besser so. Es muss bei deiner nächsten Dienst-Rotation passieren. Ich packe alles in ein Paket mit der Aufschrift Mementos. Ich lasse es in meiner Kabine. Es muss an alle Medien weltweit gehen. Alles klar. Und, Quinten, sei vorsichtig. Die Sicherheit prüft mich eh schon genauer als sonst. Okay, gut. Haben wir das? Jetzt müssen wir trotzdem noch in den Raum rein. Und hier sind... Ja, die sind zu schwer für mich. Also, sie müssten aber immer noch Mimics drin sein, ne? In dem Raum. Und... Ich repariere mal eben meinen Anzug. Äh, Reparatur... Reparatur... So. Besser ist. Ich speichere nochmal ab. Die Mimic ist immer noch da. Aber da hinten im Regal war auch noch eine drin, ne? Da ist eine. Da ist eine. Die rennt da lustig lang. Die ist hinüber. Jetzt sitzen nur noch zwei. Seitdem tauchen noch mehr als auf. Hä? Ach da. Moment. Ich guck gleich. Ah! Wie schön man ausblenden kann, wenn man das Ding auf hat. Na, es nervt ein bisschen allerdings. F5, dein Freund und Helfer. Ja, ich liebe bei solchen Spielen, liebe ich F5, wenn es funktioniert, ne? Ah! Ab meinem Büro. Einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. So, jetzt haben wir immer noch die andere... Die eine... Die eine da. Die eine. Die eine Mimic. Sie ist die eine, die immer lacht. Jetzt sitzt sie da aber ganz blöd dahinter, irgendwie hier unten drunter. So, das war alles Not a Mimic, Not a Mimic. Das kann ich mitnehmen. Die Programme kann ich mitnehmen. Wo kam denn das Phantom vorhin schon wieder her? Huah! Okay, ist das sowas wie ein Algool? Nullwellentransmitter. Teil von Mimise, Teil 1. Mittels Mösbauer-Spektroskopie konnten wir eine hyperfeine Spaltung eines im Zielobjekt befindlichen Isotops feststellen. Bei dem Objekt handelt es sich um einen Transstar-Kaffeebecher, für die die Wesen eine seltsame Vorliebe zu besitzen scheinen. Ja, das ist halt Werbung, ne? Falls der Mimic wirklich seine atomaren Strukturen verändert hätte, um das Zielobjekt zu duplizieren, wäre der Wert auch beim duplizierten Objekt gleich geblieben. Als die Veränderung stattfand, war der Wert zwar vorhanden, allerdings hatte sich die Frequenz geändert. Das neue Objekt befand sich in einem anderen Zeitrahmen als das Original. Das mit dem Zeitraum ist schon echt eine steile These, aber gut. Hier darf man nicht essen und trinken. Wie blöd ist das denn? Okay. Aber wo kam das Phantom her? Wo kam das hier her oder kam das nachher vom Flur? Oh. Oh. Das ist das, was unten ist, was wir uns immer noch nicht angeguckt haben. Ich nehme mal hier den Kram mit, damit wir es recyceln können. Jetzt zeichne ich das Papier, nehme ich auch sehr gerne mit. Da sind Bilder, zeichne ich das Papier. Warte mal, da ist kein links drauf. Ist das nicht faszinierend? Diese goldenen Filamente haben irgendetwas Engelhaftes an sich, wie gefrorenes Licht. Die Teifen weben es aus dem Nichts. Aber warum? Wir haben viele Theorien, aber keine guten Antworten. Noch nicht. Ich wünschte, du wärst bei mir morgen. Nicht so wie du jetzt bist, sondern wie du einmal warst. Ich weiß, zusammen könnten wir es schaffen. Wie in alten Zeiten. Ja, da haben wir es aber wieder. Wie ich einmal war, jetzt ist die Frage, wonach sehnt er sich? Vielleicht haben wir aber unsere Meinung geändert. Das kann ja keiner mehr so genau sagen. Knopf drücken. Was tue ich denn dann, wenn ich da drauf drücke? Wir lesen vielleicht erstmal eben die Mails durch. Re-Mimic-Theorie von Rory Mannion an Demian Lin betrefft Mimic. Wird Zeit, wetten abzuschließen, wie es tatsächlich funktioniert. Ich setze natürlich auf Nummer zwei. Erstens, halluzinogenes Feld. Mimics projizieren ein Feld, das den Beobachter nur vortäuscht, das Objekt zu sehen. Zweitens, Taschendimension. Mimic tauscht in einem Paralleluniversum den Platz mit dem Objekt und hält die Verbindung via Wurmloch aufrecht. Das ist schon ziemlich, okay. Drittens, Transmutation. Mimic ordnet seine Atome und Moleküle neu an, behält dabei aber sein subjektives Bewusstsein. Rory. Aha, und Demian schreibt an Rory, nach den letzten sechs Monaten tippe ich auf, viertens Magie. Okay, Eroberer der Kuppel von Matthew Connolly an Rory Mannion. Eroberer der Kuppel 3, Pilgerreise zur Autarkie der Verdammten. Kam mit meiner letzten Sendung. Sag Bescheid, wenn du es herunterladen möchtest. Die Höhlen sind alle von Hand gemacht. Uh, okay. Wer war dieser Kerl? Von Annalise Gallegos an Rory Mannion. Kommt dir der Name Lanzetter bekannt vor? Dr. Gasslern-Zetter? Ob du es glaubst oder nicht, er hat einmal eine Woche lang bei uns gearbeitet. Eine Woche lang. Die Woche, bevor dem kompletten Wissenschaftspersonal die Neuromods aus dem letzten Quartal entfernt wurden. Er hat seinen Ausweis in einem Spind gelassen. Ich habe die IT gebeten, sich einmal sein Konto anzusehen. Bis auf seine Anmeldedaten wurden alle Inhalte gelöscht. Wer zur Hölle war der Kerl? Die Woche, bevor dem kompletten Wissenschaftspersonal die Neuromods aus dem letzten Quartal entfernt wurden. Das heißt, die kriegen zwischendurch, haben die neue Fähigkeiten verpasst bekommen durch die Neuromods. Die sind, um vielleicht irgendwelche Experimente durchzuführen. Und dann war das vielleicht nicht aussagekräftig oder es war irrelevant oder es ist nichts passiert. Es kam nichts Befriedigendes heraus und dann haben sie die wieder entfernt. So viele Leute hier in den Sparschuhen, dass wir so viel zuschauen. Okay, mitten in der Woche. Hey, es ist Anfang der Woche. Einfach flach atmen, okay. Wir atmen jetzt alle einmal zusammen, okay? Okay, eins, zwei, drei. Halten, halten, halten. Besser? Ossl, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Ossl. Okay. Und das könnte, wer weiß was sein. Geheimdienst? Keine Ahnung. Was weiß ich? Vielleicht ein Spion? Ah ne, wenn das jemand gelöscht hat, dann war es ja bewusst. Ja, drücken wir mal Knöpfe, oder? Dann geht hier irgendwas auf. Ah! Uh! Warum das Familienfoto? Die können nur Sachen imitieren, mit denen sie in Berührung gekommen sind, richtig? Äh, müssen sie eigentlich. So ist das ja auch mit den, mit den... Obwohl, das sind die kleinen Mimics. Ne, die können nur Sachen, mit denen sie im Büro... Was heißt das dann? Dass dieses Ding bei mir im Büro war? Oder irgendwo anders, wo ein Foto dieser Art gestanden hat? Hast irgendwas nochmal? Okay. Aber es macht es ein bisschen widerwillig. Eigentlich würde sie uns gerne angreifen, wenn es eine Mimic ist. Wenn es ein Gegenstand ist, das es imitiert, dann bewegt es sich zwar, aber es will uns nicht unbedingt angreifen. Interessant. Und... 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 Vielen Dank.